So meine Lieben, ich weiß die meisten von euch schon, dass es um so viel zu spät. Ich möchte euch eigentlich nur kurz was mitteilen. Und zwar dieser tolle Wasserball, den ihr damals in dem YouTube-Video gesehen habt, wo ich glaube da auch Löcher reingestochen habe. Der wurde auf Ebay versteigert, aber der Herr hat nicht eingesehen zu bezahlen. Also es ist jetzt euer Glückstag, wenn ihr an diesem Schmuckstück, an diesem tollen Wasserball... Hi Björn! Ja, wenn ihr den haben wollt, weil dann treibt mir das einfach. Ja, beziehungsweise bin ich am überlegen, ob ich ihn wieder in Ebay stellen soll. Was meinst du hier? Soll ich den wieder in Ebay stellen? Den löchrigen Wasserball. Ich glaube Björn, wir sind hier alleine. Du und ich. Sieht so aus. Für alle, die das Video danach noch sehen, wenn euch aufgefallen ist, ich habe einen neuen Schmuck. Super toll. Schaut mal. Bisschen bisschen. Genau. Seht ihr das? Es gibt für Frauen so ein, wie nennt man denn das? Ich sag dazu immer, so eine kleine runde Box ist das. Die kann man aufschrauben. Da kann man verschiedene Charms reinpacken. Also ich habe jetzt hier eine Pfote, dann I love my dogs, ein Wasserball und Eis, weil ich das einfach bin und weil ich das einfach liebe. Und es gibt es mit ganz, ganz vielen so kleinen Stickerchen, beziehungsweise Charms. Und genau, das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, entscheidet mir doch. Und dazu kommt aber auch bald noch mehr. Genau, und da ich heute leider nicht dazugekommen bin, muss ich morgen alles drehen. Weil die beiden... Sky, Flopke, komm mal her. Bin ein bisschen auf Trakt gehalten. Leckchen! Skyli, wo bist du denn? Komm mal hoch. Komm mal hoch. Komm her. Da, die Sky guckt. Also ich wünsche euch allen jetzt schon mal einen schönen Abend. Und denkt daran, unter meinen obersten Status noch eine Nummer zu schreiben für das Video, was ihr morgen sehen wollt. Aber ich habe immer noch vier Stück. Also eins, zwei, drei, vier. Und genau, dann lade ich morgen wieder ein Video hoch und mache ein paar Cuts. Und auch für Snapchat. So, noch irgendwelche Fragen? For a second. So, dann fahre ich jetzt alle. Björn, das bist immer noch du und ich. Hört immer mal, schaut ihn dann noch zu. Man sagt nichts. Sehe ich nicht. Schade. Danke Björn, mach den du dir auch. Und alle, die so still sind und zu sehen auch. Danke. Wie ist es? Wie ist es? Denn die so are wir. Okay. Wir schauen... ... ...